In der Arbeitsgruppe Schulgarten wird ein neuer Sprecher gewählt. Alle 34 Mitglieder der Gruppe haben anonym einen Zettel abgegeben, auf dem der Name einer der Kandidierenden steht. Jetzt haben wir einen Haufen Zettel. Wie können wir das übersichtlich darstellen? Dabei helfen dir Urliste, Strichliste und Häufigkeit. Wenn wir die Namen auf den Zetteln unsortiert auflisten, haben wir eine Urliste. Die Urliste besteht also aus den Ergebnissen einer Datenerhebung. Das kann eine Wahl, eine Umfrage oder eine Messung sein. Diese Ergebnisse sind in der Urliste aber noch nicht sortiert oder zusammengefasst. Eine Urliste kann die Ergebnisse der Wahl zum Sprecher der Schulgarten AG enthalten. Die Besuche von Vögeln an einem Futterhaus, welche Noten es in der Klassenarbeit gab oder ganz andere Daten. Zuerst fasst du die Urliste in einer Strichliste zusammen. Hier machst du einfach für jedes Ereignis einen Strich in der geordneten Tabelle. Wie du die machst, hängt immer ein bisschen davon ab, was für Daten du erhoben hast. Bei der Wahl in der Schulgarten AG gab es drei Kinder, die gewählt werden konnten. Dann ist es am besten, du machst eine Tabelle mit den drei Namen der Kandidierenden und für jede Stimme, die für sie abgegeben wurde, bekommen sie einen Strich. Das ist eine Stimme für Andi, eine für Eva und zwei für Esra. Wenn es um die Vögel am Futterhaus geht oder die Noten der Klassenarbeit, sieht deine Strichliste natürlich anders aus. Wenn du dich für eine Strichliste entschieden hast, wird das nach einigen Strichen etwas unübersichtlich. Deswegen streicht man mit jedem fünften Strich die vier vorherigen durch. Dadurch bekommt man lauter Fünfergrüppchen, die man schneller nachzählen kann. Diese Zahlen brauchen wir dann auch für die Häufigkeit. Die Häufigkeit gibt an, wie oft ein Ergebnis in deiner Urliste vorkommt. Also, wie viele Striche du auf deiner Strichliste für dieses Ereignis hast. Du schreibst die Anzahl der Stimmen zu jedem Namen. Das ist viel schneller zu lesen als die Strichliste, da du sofort die Zahl siehst und nicht in Fünfer-Schritten hochzählen musst. Wenn also die Ergebnisse der Wahl bekannt gegeben werden, zeigt man nur die Häufigkeit und nicht die Strichliste oder die Urliste. Die Häufigkeit benutzt man dann auch, um Daten auszuwerten. Zum Beispiel in einem Diagramm. Aber egal, wie du am Ende dein Ergebnis präsentierst, es ist immer gut, das Ergebnis auch nochmal kurz in Worten zusammenzufassen. Wenn du Daten erhebst, sind deine unsortierten Ergebnisse die Urliste. Um einen Überblick zu bekommen, machst du als nächstes eine Strichliste, in der du die Ergebnisse einmal sinnvoll zusammenfasst. Dann schreibst du die Häufigkeit der einzelnen Ergebnisse in einer übersichtlichen Tabelle zusammen. Oft ist es auch noch gut, wenn du wichtige Ereignisse in einer kurzen Beschreibung zusammenfasst. So, ich gehe jetzt mal mit Esra über die Brennnesseln auf dem Pausenhof sprechen. Da muss die Schulgarten-AG unbedingt etwas dagegen machen. Hi, ich hoffe das Video hat dir gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau doch einfach mal auf LearnAttack.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und wenn du dann das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich. Natürlich mitsamt der Musterlösung. Den Link findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Also schau einfach mal vorbei auf LearnAttack.de. Also schau einfach mal vorbei aufhören. 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 Also schau einfach mal vorbei aufhören.